Willkommen zurück zu Mario Bros. Hi, Party. Hi, 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 hi. Mayro. Hi. Mario Party. Supra Mario Pato. Wow. Supra Mario Pato. Scheiße. Ach nein, nicht das. Ach nein, nicht das. Ach nein, nicht das. Was ist so angenehm, wenn der Delay nicht ganz so hoch ist, ne? Was? Ich mach wieder meinen... Die Krüne, verdammt es. Die Krüne, verdammt es. Das wird so stressig. Gleich Maxi in die Stacheln und dann können wir neu starten. Boah, jetzt Maxi packt sein MVP-Gameplay aus. Nimm mich. Ich mein, befreie mich. Oh. Oh. Dass die halt auch nicht schnell genug abbremsen kann. Das ist ne Münze, hab ich gesehen. Bleib einfach da. Schön gemacht. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen heute zu Let's Play Your Super Mario Bros. Wii. Gerade noch im Match mit dabei sind einmal die Anna und einmal der Maxi. Hier sehen wir gerade, wie Maxi versucht auf die andere Seite zu gehen. Mein Co-Moderator heute ist Leona. Willkommen Leona. Hier sehen wir, wie Maxi verzweifelt gestorben ist. Als nächstes versucht Leona, ach Leona, Anna die Situation zu regeln. Scheitert aber pfleglichst dabei und verliert alle Items. Des Weiteren... Alter. Ich hab übelste Lags. Also du wahrscheinlich auch. Es gab Frame-Einbrüche bei der Situation. Aber die wurden jetzt wieder geklärt. Dir du zu den Ding rüber, dann bekommen wir doch eins mehr oder? Oder ein besseres zumindest. Ja. Ja. Okay. Soviel dazu. Hier wurde versucht eine Team-Absprache sich zu treffen. Hat nicht gut funktioniert, muss man zugeben. Ja Max! Oh, der Ato! Die werden gekonnt, ignoriert. Maxi springt ein bisschen unten rum. Anna klettert in der Zeit schon mal nach oben. Wir müssen die Coins holen. Mach einfach nicht diesen Bruder. Währenddessen macht Anna ein bisschen diesen Bruder, wie es der Maxi formulieren würde. Hier werden jetzt versucht alle acht Coins einzusammeln. Was gerade so noch geklappt hat. Mach das! Es gibt ein Ding zur Belohnung, welches direkt wieder verloren geht. Während das Team stürbt, das Team jetzt hier. Und es sind alle gestorben. Warum jumpst du denn auch für Rom, auch Bruder? Jetzt alle aufpassen! Du bist dabei! Zwölf, Alter! Zwölf! Ich bin gerade hier! Siebzehn! Eins! Sieben! Leben hatte, Alter! Aber jetzt sind ich im Buster ja da. Wir können Karin. Ja, das scheint auch gebraucht zu sein. Mal wieder typisch. Hallo! Hallo! Das alles mag nicht schön, dass ich gestorben bin. Ey, Digger! Du hast mich blockiert! Uh! Jo, es wäre sinnvoll gewesen, wenn du mich einfach hochgetragen hättest. Aber du könntest mich auch einfach ganz runter schmeißen. Ja, er blockiert mich! Ich mein, ich wäre sowieso gestorben. Nein, wärst du nicht? Ja, ja. Du warst in den Staffeln. Achso. Ich würde das nach links lenken können. Hab ich gemacht, aber das hätte nicht mehr gereicht. Ich bin schon zu lange geschoben. Du hattest Protection! Das hätte nicht mehr gereicht. Ne, glaub ich auch nicht. Ich bin auf Maxis Seite. Ich sag auch, dass er gestorben wird. Ich sag auch, dass er gestorben wird. Ich mein, einer, der das Spiel verstanden hat. Nice. Ich mein, blau ist mal wieder Selfish as always. Mhm. Ja, klar. Ich muss ja das Spiel carryn. Ich brauch das Leben. Shit. Digger! Die Fucklegs, wenn jemand stirbt. Renn, Alter, renn! Ja, das ist echt, also, ne? Was die sich dabei gedacht haben, haben wir auch noch zu tun. Ich hoffe so sehr, dass das ein New Super Mario Bros. nicht mehr ist, ey. Ist ja unmöglich, die Scheiße. Digga! Was haben die sich denn da gedacht bei Nintendo? Digga! Was haben die sich denn da gedacht bei Nintendo? Und ich hab auch schon die Kontrollzone wieder ein bisschen zu langsääm Ander Gag? Ja warte, ich wollt's noch machen! Ja, oh Gott! Oh, Alter! Ich mach's auch nicht! Muss jetzt los! Okay, Alter, ich dachte schon, bei irgendjemandem restartet irgendwas. Blauer Mann! Das ist so wunderschön, wie ich mich immer in Zeitlupe stehe, sterben und sehe. Geh, weg jetzt! Digga, Anaklaude erst mal das Trappoli! Ich wollt's nur in die Mitte stellen! Oh Gott! Und da fragen sich immer alle, warum ich so wenig leben hab. Also, eigentlich frag ich das keiner, die Leute machen sich nur lustig. Eigentlich auch nicht, aber... Subina! Oh Gott, befreie mich doch nicht! Also, wir sind nicht 100% daran schuld. Ja ne, also eigentlich gar nicht. Also, ich zumindest nicht. Natürlich! Könnt ihr in der Blase bleiben? Maxi, geh weg! Ja, will ich ja! Maxi! Digga! Digga! Ohne Mist jetzt, ey! Was war das denn? Ich sag doch, Maxi, bring die alle um! Alle um! Digga! Ich weiß nicht, warum man unbedingt nach rechts laufen will, wenn man da grad nach oben springen und einfach kurz chillen kann! Daher die Stacheln kamen, hast du doch gesehen! Nein! Das hätte easy gereicht! Ja, vielleicht hätten wir! Rechts war die Münze, die goldene! Ich glaub, ich mein heute, wie ich mag sie! Man kann da runterspringen, Digga! Das war keine durchgängige Plattform! Wo kann man runterspringen? Wo kann man runterspringen? Nein! Du wärst von oben nicht mehr runtergekommen! Natürlich, Digga! Da war ein fettes Loch! Nein! Nein! Du bist ein fettes Loch, Alter! Nee! Ich mein, für Leona tut's mir halt nicht mal leid, deswegen freu ich mich eigentlich fast so! Oh Gott! Der Try ist natürlich kaputt, aber... Bitte, geh drüber! Oh Gott! Das war klar! Boah, das wär halt so wert! Sorry, ey! Okay! Okay! Könnt ihr alle mal hier runtergehen, oder was noch immer? Oh! Fuck! Toll! Ey, Digga! Lächerlich! Geh! 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 Ja, Digga! Wo soll ich denn hingehen? Na rüber! Mami! Scheiße, wir sind nicht groß, wir kommen da unten rein! Zum Frick ist da jetzt kein Loch, Alter! Ihr seid alle geistig behindert, wenn ihr das nicht seht! Oh, Maxi hat recht! Wo ist das Loch? Ja, von da oben! Ich hab gesagt, hoch springen und dann wieder runter! Ja! Maxi hat recht! Ja, dann hab ich dir falsch verstanden! Ich muss... Alle bleiben oben! Maxi, du auch! Ja, warum sollte denn jetzt niemand mit runterkommen? Um mich abzufuckten! Man kann ja doch eh nicht runter, Lul! Okay, ich hab mich verguckt! Ist das okay? Ihr habt euch alle verguckt! Ja! Ich hab dich nur nicht verstanden! Ja! Was hast du denn daran nicht verstanden? Ja, ich dachte, ihr wollt wieder nach ganz unten! Oh ja! Das macht halt gar keinen Sinn! Ne, wollte man nicht! Ja, ich bin doch dumm! Alle warten auf den Pilz hier! Fuck! Bruder! Das war verdient! Ich bin einfach nur verzweifelt! Moxie kämpft gegen sich selbst! Okay! Das war aber ein großer Sprung! Oh Gott! Oh Gott! Digga, geh weg! Ja, sorry! Digga, du blockst, Alter! Ja, ich wollte an der Wand so hier einen Sprung machen! Ja, ja! Wollte ich eigentlich auch, aber... Hättest du mir vorher deinen Plan gesagt? Dann hätte ich vielleicht... Da war keine Zeit mehr! Da war einfach noch Panik angesagt! Pfff! 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 Ich hab alle drei Hits gemacht! Genau! Komm Anna, du hast dir den Schlüssel verdient! Hier kommt doch der Schlüssel! Hier kommt doch der Schlüssel! Oh! Lost! Das ist ärgerlich! Ne Anna, dann wohl doch nicht! Ja, egal! Mensch, kriegen wir jetzt noch mal ein paar neue Lippe? Pfff! Pfff! Stimmt, Alter! Als das hier waren wir nicht! Pfff! 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 Ja, das Gefühl kenne ich auch nicht! Oh, immer die so scheiß ausreden! Pfff! 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 Ich hab Angst! Ich hab Angst! Pfff! war nur um die münze ich glaube nicht es war jetzt eine komplette überraschung gerade nach von junge ich habe die ganze zeit von der seite geguckt schmeißt ihn weg ich dachte die ganze zeit die kommen aus dem wasser gesprungen wenn die vieren dann oft oh gott ja tun die ja weil du den so lange in der hand gehalten hast ich dachte der wird dann böse wieder wir müssen an die münze weiß na shit oh gott ja warum kann ich die scheiße nicht hoch nehmen der inkompetenteste hat die bros blühe was die postblume feuerblume nein stell dich einfach ans ende maxi hier hinten denn oh gott oh gott falsche taste kriegt den knimmel hier nicht weg ich bin drunter gesprungen warum weil da ein typi war geht es weiter springt da kommt gleich eine riesige steuer von oben stimmt ich glaube da kommt noch eine definitiv definitiv oder was anna oh gott oh gott oh gott ja ich bin eh tot jaja ich weiß tschüssi tschüss ich finde es so lustig den joke haben wir bestimmt schon 80.000 mal ich geb den glück nicht aus euren joke ja jemand hat anstatt definitiv definitiv gesagt das war ich und das finde es so lustig ich hab's halt gar nicht versteckt also ich hab's halt nicht gemerkt hui leona ich hab Angst wenn du mich trägst dann trage ich halt was mich schockiert hier nix mehr ja bei der letzten runde so sag ich so ich sag so leona werf mich nicht in der nächsten sekunde sagt sie okay und dann wirft sie mich in der nächsten sekunde wir hatten dieselbe idee hat doch geklappt wer geht denn den blauen lullach holen Nice lol wir hätten noch kurz warten sollen ich bin drauf gefallen Mami oh yeah oh 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 nein nehme mich gar nicht oh 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 wie alt bin ich denn da geflogen? als hättest du uns jetzt geschlecht, Anna stopp doch stoppst mich einfach runter oh nein, das will ich aufhören ok, wer auch immer das jetzt geöffnet hat mach das Wii-Menü zu moment aber ich das? oh ja oh mein gott der hatte schon ich will das ja will ich ja aber du hast mich weggedrückt bitte lass mich nicht sterben du kannst sowieso danach noch mal fliegen das stimmt guck mal da ist ein w für wario der ist aber nicht in dem spiel da fehlt nur noch zwei o's worio nämlich hoch leona das kann man so falsch hört ich weine einfach es geht hier ab ja ab zum oben raus komm pilze aus bitte hallo warum gehst du nach unten ja da war keine andere wahl hey natürlich ist geister aus wir haben ja den weg noch nicht freigeschaltet hey nicht ich habe das noch mal mit der lücke warte für eine lücke warum soll ich alles ein naja ich habe angst ha 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 die leona die direkt abtun sind ha 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 siehste dafür sind ich und moxie da zum carry ha 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 vor allem halt mir einfach die beiden fliegers ha 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 deswegen wollte ich ohne schmachen ha 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 hat man gesehen aber dafür kannst du mich gleich wieder tragen ach du scheiße ja genau in nem schloss ja ok dann halt nicht das bringt mir obwohl undankbar bist du klar war die frage jetzt um mich da rein zu werfen oder um rüber zu fliehen und zu überleben obwohl es passiert wenn ich alleine bin alter ich wollte grad so ha 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 ey Anna jetzt ganz ehrlich ne oh tja komm der ist doch los alter hat's euch da machen ich hab mir runter gefallen Anna braucht mich in diesem spiel nie wieder anpacken nie wieder wie bist du auch wieder gefallen was weiß ich du drückst die knöpfe auf deinem controller ich hab nix gemacht ich hab dich festgehalten eigentlich jetzt kann ich nicht mal das schloss mitspielen Münzen sammeln es fehlen nur noch drei und dann bin ich dazu Münzen kann ich wieder durch oh 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 ich fliege da wollte ich wohl zu viel Spaß ach komm ich hab die Münze geholt ne oh 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 mein Gott ich hab ich auf A gedrückt was wollte das ist du springt hä hast du bei mir springt TASA A bei mir springt TASA A man 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 ja warum nutzt du keinen Pilz jo ja pfff wie alle loslaufen außer Maxi die ähh… feuerwelle kannst du einfrieren oh siehste sind die jetzt für immer tot oder spawnen doch immer neuer Okay. Für immer. Hä? Warum müssen hier kein Dings diesmal drin? Ja, weil da eben grad schon eins war. Okay, welcher Hurensohn? Kommt einfach als... Blubi-Blase hier hinterher. Ach, da. Ich worte. Okay, irgendein Fliegi muss da mal die Münze holen. Ja, Maxi, mach mal. Okay. Ja, aber... Oh, die ging voll auf mich, alter. Was war denn das jetzt da? Ich hab's auch nicht ganz verstanden. Hier passieren manchmal Dinge auf dem Bildschirm, ich wüs nicht was. Ah, shit, alter, dickes F. Es tut immer so, als würden wir das extra machen. Darum kann man durch... Ja? Oh. Ich hab auf Luide geguckt. Was lacht Luide hier schon wieder? Ach, du Scheiße. Ich hab für mich. Ah. Ah. Ich bin so schnell rausgegangen, wie ich konnte. Ja, weil du rausgegangen bist, konnte ich nicht in die Blase. Oh, na ist auch das doch. Ich mein, ich hab mich da schon mindestens 50 Mal drüber beschwert, dass jemand reingegangen ist. Ich deswegen nicht mehr... Digga! Brain lag des Todes, alter. Oh, warte. Alter! Grüner! Okay, ab hier musst du alleine. Danke. Oh! Oh! Mami! Oh, shit, ey. Alter, der lag, weil du gestorben bist. Ich krieg ein Kind, ey. Ich konnte halt nichts machen. Ja. Was ist das? Mit Kind. Hui, Mami. Ach, Digga! Das war die falsche Taste. Das war die falsche Taste. Das war die falsche Taste. Rennen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Weg da, Grüner. Der wird einfach nicht springen. Mami! Bleib, bleib. Ich hab kein Leben mehr. Ach, Digga! Ich drück doch die Fick-Taste, du Fick-Gesicht. Oh Gott. Zum Glück war da die Hälfte, ne? Was? Ich will mich lächeln. Ach, Mann! Digga, mit 5 Leben reingang ich hab ich nur noch auf Digga! Ich weiß gar nicht, was du nicht immer so feierst, ey. Ich mein, ich hab nur 3 verloren. Ich hab nur 3 verloren. Ich hab nur auf dem Frutter geschubst. Alter, die Schnau... Oh Gott. Oh Gott. Der Grün ist MVP. Der Grün ist MVP. Ich hab dich beschützt mit meiner hohen Stirn. Dein Grün... Dein Grün... Ach, Fick doch. Meine Mutti und alles, Alter. Mache ich. Er hat mir keinen Kaffee enthalten. Du willst holen? Den hab ich mir verdient. Ja, ich mein... wir wollten... Ich weiß nicht, wir wollen... Oh... Wäre jemand Items? Alter. Hol den dir, Maxi. Okay, rip. Ey. Okay. Was geht hier jetzt ab? Ich hab Angst. Ach, stimmt. Die sind cool, Alter. Oh, die sind so behindert, Alter. Gibt's hier noch irgendwas, oder können wir reingehen? Ich hasse die doch. Ja, die besser in Erinnerung. Okay. 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 Das ist ein schönes Bowser-Gesicht. Naruto, 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 Run, Terrier 51. Hui. Bitte nicht. Oh Gott, kann das bitte aufhören zu ruckeln? Oh. Hm. Der Kettenhund wird riesig. Ja, Spoiler halt. Okay, du brauchst eines anderes riesig. Was hier nen Joke drin fliegt. Drei Wälder. Ach. Jooo. Jooo. Renn. 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 Mache ganz chillig. Was? Warum könnt... Was? Springe runter. Ach, Digga. Warum können wir den nicht hitten? Hä? Digga, von oben runter springen durch die scheiß Runterfallblöcke. Der ist nicht geblockt geworden. Digga, das ist halt so easy. Luigi macht gar nichts. Ja, natürlich. Ich mach gar nichts. Digga, spring doch hoch. Bitte springt hoch. Ey. Hallo. Ja, das geht mir auch die ganze Zeit so. Warte, Mario. Komm mal. Hallo. Oh Gott, Angst. Puh. Das ist ein nerviger Boss. Warte, warte. Ja, chill mal deine Basisbrüder. Was? Ja, na klar. Verlieb, 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 verlieb. Ey, Maxi, halt es mal und du bist gestorben. Ja, wow. Ich hatte ein Leben, aber ihr seid alle schon dreimal gestorben. Was sollst du? Was überhaupt keinen Sinn? Ich habe zwei jetzt gemacht. Ich habe einen gemacht. Und was hat Maxi gemacht? Ich bin durch die Hitbox geglischt. Nichts. Geben wir mehr Leben und ich carry das. Schöne Bäume. Ach, ich mag die Bäume. Das ist gerade meine dritte Flasche am Tag. Das ist doch schön. Was, Howdy? Kannst direkt für das zurückgehen. Ja, ich weiß. Oh, nicht die Wichswelt. Mh. So, dann warst du jetzt. Die siebte Verfolgtenwelt. Ja, Spoiler, wir waren uns schon wieder. Aber ich habe vergessen, was 8 war. Nein, kann man auch irgendwie bekommen. Äh. Ist das irgendwie ein Problem? Ja, Verlager. Wie kommen wir jetzt so zurück? Ja, wie im App. Na, Map. Select World. Das war es nicht. Doch, ist es. Geil nach links. Links ist die Welt. Ich drück mal nach rechts. Fifty, Fifty. Oben. Soll ich vielleicht erstmal neu starten? Ich weiß nicht, ob es schon immer aufgefallen ist. Aber es leckt wurscht. Oben. Also ich sag unten. Ich starte erstmal in den Emulator neu. Jemand sagt einfach dazu was. Das ist die falsche Masse. Wo ist mein Zeiger hier? Da. Aber irgendwann haben wir doch alle volle Batterie. Ja. Brauchen wir keine Batterien einzuwechseln. Ja. Alter, ich drücke. Hallo. 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 Schle部 war's. Untertitelung des ZDF, 2020